hallo und herzlich willkommen zu einem ganz ganz besonderen projekt und zwar geht es um den tierschutz um die peta diese organisation und die meint jetzt dass super mario dazu verleitet unschuldige waschbären zu töten weil er bei super mario boss 2 ein waschbärenkostüm anhat und die meinen das ist kein kostüm das ist ein frisch abgerupftes fell und deswegen haben wir hier so ein super tolles spiel programmiert super tanooki skin 2d und dann klicken wir mal hier to play ja und man muss nur leertasse drücken zum springen also machen wir das mal und es geht halt darum jetzt super mario einzuholen man spielte so einen gehäuteten waschbären und man soll mario einholen was natürlich super ist ja jetzt bin ich doch glatt gestorben machen wir es einfach noch mal das macht so einen spaß und ich finde das spiel hier das sieht ja gar nicht brutal aus oder so ne finde ich jetzt mal überhaupt nicht ach das macht super spaß das spiel echt voll geil oh mein gott das ist ja hart durch das kann man ganz hoch springen das finde ich immer toll auch gleich habe ich ihn oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich hab's geschafft ei 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 ist das nicht wild hahaha hahaha ja nochmal habe ich keine lust das war's von super tanooki skin 2d oder so ähnlich tschüss tschüss